Währenddessen die jetzt hier im Ofen bäckt, macht der Marcel und ich eine Vanillesoße und zwar mit echten Vanilleschoten, wie sich das gehört und zwar ist das jetzt hier eine Tahiti Vanilleschote für jeden, der nicht weiß, was das ist und zwar ist das die Luftwurzel einer Orchidee und man halbiert sie längs und kratzt dann einfach das Mark raus. Was man zu Vanilleschoten noch sagen kann, ist einfach, dass Vanilleschoten immer fermentiert sind, das bedeutet, dass die auf große Waren ausgebreitet werden und einfach in der Sonne und das sind dann die schwarzen Punkte in der Vanillesoße. Wir kippen die Mümchen und die Sahne zusammen in den Topf und lassen die ausgekackte Vanilleschote drin leicht ziehen, dass der Geschmack sich befindet. Das Heilgelb und den Zucker schlagen wir jetzt über einen Wasserbad zu einer cremigen Masse, aber aufpassen, dass es nicht so heiß wird, dass das Heilgelb nicht grün hat. Wir sehen jetzt noch diesen ganzen Zuckerverfall und müssen das aufgelöst werden. Nachdem der Teigelb und der Zucker schraubig geschlagen sind, geben wir ein bisschen Milch und waren es dazu. Der Marcel hat jetzt die Vanillesoße fertiggestellt. Dass sie dann fertig ist, erkennt man daran, dass sie aufhört zu schollen und dass die eine homogene Masse gebildet hat. Also man sieht ganz genau, dass die Vanille umschwimmt und nicht nach unten absinkt. Somit weiß man auch, dass die Vanillesoße fertig ist. Zum Abkühlen geben wir die dann ein bisschen so eine große Potenzialschüssel. Man muss natürlich aufpassen, dass man relativ schnell die Vanillesoße runterkühlt, weil ansonsten das Eigelb gestochen würde und man hätte einfach ein sahniges Rührei. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de